Der Name der neuen Ministerin ist bereits durchgesickert. Pamela Rendi-Wagner soll die Gesundheits- und Frauenagenten übernehmen. Die 46-Jährige ist bisher Sektionschefin im Gesundheitsministerium und gilt als topqualifiziert. Kanzler Christian Kern möchte Rendi-Wagner am Weltfrauentag von den SPÖ-Gremien absegnen lassen. Und setzt sich somit in der eigenen Partei durch. Denn Rendi-Wagner ist nicht Mitglied der SPÖ-Frauen, was bisher für Frauenministerinnen üblich war. Zudem stammt sie nicht wie Vorgängerin Sabine Oberhauser aus der Gewerkschaft, womit der ÖGB in der Regierung an Einfluss verliert. Pamela Rendi-Wagner gilt als höchst kompetent, mit souveränem Auftritt in der Öffentlichkeit und gegenüber Medien. Sie kennt das Ressort und kann also sofort loslegen. Immerhin bleiben bis zur nächsten Nationalratswahl im besten Fall noch eineinhalb Jahre. Naheliegend also, dass es schwierig geworden wäre, eine Kandidatin etwa aus der Privatwirtschaft für so einen kurzen Zeitraum loszueisen. Und dieser dann auch noch Einarbeitungszeit zu gönnen. Die Angelobung der neuen Gesundheits- und Frauenministerin könnte bereits am kommenden Montag stattfinden.